So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge League of Legends, der Kima ist mit dabei und spielt Leona als Supporter. Hm, genau, hallo. Und ich spiele den Kha'Zix im Jungle. Meine Frames sehen im Moment auch stabil aus, 50 Frames. Das ist gut. Wenn du so bleibst, ist das gut. Ja, als letztes, was ich gespielt hatte, alleine, waren die am Anfang auch gut, aber die wurden dann immer weniger, je länger das Spiel gedauert hat. Ich hab keine Ahnung, woran das lag. Also, ob meine Festplatte immer voller... Ja, aber die war nicht... War aber nicht wirklich voll... Ich glaube, es liegt daran, dass die halt fast im Arsch ist. Ich muss mir, glaube ich, echt mal eine neue kaufen. Ich hab extra schon die Auflösung runtergestellt, damit ich vernünftig aufnehmen kann. Wird nicht alles so dunkel. Und wir haben sogar einen Arz hier, den neuen Champ. Also, voll die Taube, ey. Grr, grr, grr. Voll krank. Alter, geht's noch? Okay. So, ich starte bei mir mit meinem W. Äh, dann hab ich... Dann hab ich Flächenschaden und ich habe einen kleinen Heal, um im Jungle länger durchhalten zu können. Und was fängst du an? Ja, dann hab ich dann mal. Dann hab ich Kuh, oder was? Ja. Ist das der Kuh? Ja. Alles klar. Kannst du halt den Stun, dann kriegst du weniger damit. Okay. Bringst du mir eine Sekunde. So, ich hab die Minions erstmal ein bisschen hinten lassen, damit ich ein bisschen weniger Leben habe. Und ich dann den hier erst gemacht. Weil mir wurde ein Minion geklaut. Aber ich hab mir... Von... AC. Wahrscheinlich. Der Noob. What the fuck? Ich hab kein Kuh auf Smartcast. Äh, Lucy. Nach daran, dass ich eben... Äh, sie wieder spielte. Lucy hat Free Death. Oh, der hat schon viel Magie Ristinz hat, ja? Ja, und, ähm... Karma hat ziemlich viel AP. Aber das... Der hat wahrscheinlich... Der hat wahrscheinlich neunmal, äh... Runen... Äh, Glyphen. Ne, nicht Glyphen, sondern, ähm... Wer ist das Ding? Meisterschaften. Ne, ne. Er hat plus neun Rüstung. Das hab ich auch. Dieses goldene, was ist das? Sind keine Zeichen... Zeichen sind rot. Nein, Essen sind lila. Der Zeichen, Hilfe, ähm... Was gibt's da noch? Ich weiß es grad nicht. Oh Gott. Wie läuft's bei euch? Geht. Ihr lasst euch schön poken. Bisschen. Bruder, kam schon ein Ding ins Ganken? Ich hab mich, was Tristaner macht. Die Deaths, ich hab allen Sachen treffen. Ja, mit Karma kannst du halt gleich poken, ne? Hast du gut... Hast du gewordet? Wir haben gewordet, ja. Ja. Jetzt hast du kein Heel mehr. Ach, die meine ich. Ich sag ja, du hast dich von allen Sachen treffen. Ja, du bist doch grad komisch reingegangen. Alter. Ich glaub, wenn ich jetzt reingehe. Aber pass auf. Wer ist denn da? Maokai. Jetzt soll man ein bisschen vorsichtiger sein. Alter. Allerdings, ja. Die soll... ...bitte zurückgehen. Wenn Maokai da ist, kann die so leicht gedeifft werden. Wenn ich hören würde, muss ich hören. Ja, so bitte nicht. Alter, warum bleibt die da drin stehen, ey? Wenn ich mich auch kalt gewundert, ey. Kann man nicht. Alter, Arz hier. Was machst du da? Ist er tot? Er ist tot. What the fuck? Alter, das hab ich nicht erwartet, ey. Top hat kein Flash. Das ist gut. Dann geh ich da gleich mal hin. Alter, das war halt knapp, ey. Tristan AFK. Quatsch. Ja, natürlich. Ihr müsst schon längst wie auf der Lane sein. Ist ja rumlaufen. Diese ist losgelaufen. Ja, vor fünf Sekunden ist sie losgelaufen. Früher als du. Ja, die ist aber auch schon, keine Ahnung, eine Minute zu Hause. Also zurück. What the fuck? Die ist auch gar nicht, oder? Doch, guck mal auf die Tränke, die die hat. Hat der für fünf Tränke gekauft, oder? Fuck, ey. Ja, komm, Maokai. Scheiße. Äh, die lässt schon mal einen noch treffen. Warum teleportiert der sich zum Minion und nicht zum Tower? Wenn man den auf dem Tower macht, ist er cooler, noch geringer. Oder haben die das genervt? Keine Ahnung. Ich meine, es war auf jeden Fall mal so. Ich weiß aber nicht mehr, ob es immer noch so ist. Ich meine schon. Vielleicht wissen das auch viele nicht. Ja, keine Ahnung. So wie ich. Schön. Alter, Testan, Alter. Soll ich dem AC blau geben? 011. 39 Farm. Zu. 44. Das geht noch. Ich probiere mal was. So, normalerweise... Hat die Wetten getötet. Na, mach ruhig dein Ulti. Ob es tot war. Nein, 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 nein. Doch. Fuck. Ich spät Ulti bekommen, sonst wäre ich nicht tot. Aber der Ulti von mir war Verschwendung. Naja, sicher ist sicher, ne? Ja. Alter, da hatte ich grad Lex. Was war das denn? Ganz kurz nur. Ja, solange es kurz ist. Ja. Ich hab... Normalerweise, äh, evolutioniere ich den E. Das machen eigentlich ganz wenige. Ähm. Aber ich dachte mir mal, ich probiere das jetzt mal anders. Ich hab jetzt den Q direkt gemacht, weißt du? Okay. Mach ich mir Schaden damit. Vielleicht geht das ganz gut. Mal sehen. Wie's funzt. Alter. Alter, der ist tot. Mensch, wüsste gern, wo der Jungler ist. Toll. Jetzt hab ich dem Doppeltötung gegeben, ey, weil ich versucht hab zu helfen, ey. Alter, Tristana, was machst du? Geh weg. Alter, der kann's aber bitte Danke sagen, ey. Mann, dieses Zahn ist scheiße. Wie kann man denn so behindert spielen, ey? Ich hab mich noch mit, bitch, ey. Scheißen, Dreck. Ich hab keinen Bock, dem die ganze Zeit in der Mitte zu bleiben, weil der so scheiße spielt. Ja. Wir brauchen dich genauso unten. Ja, super. Das Zahn ist richtig, richtig scheiße. Ja, was bringt das dann, da zu helfen? Wenn der Kills kriegt und der trotzdem scheiße ist, machen's Drache. Die machen Drache. Drache ist nicht geworden, natürlich. Ich bin grad gestorben. Ciao. Tschüss. Geh weg, ne? Helft der nicht. Helft der nicht. Wenn du stirbst, dann rass dich aus. Ich hab nix, um den Drachen zu klaren. Geh weg, Kevin. Ja, jetzt. Geht an nix. Wir haben nur die Drachen bekommen. Wir haben den so oder so bekommen. Ja. Geht an nix. Mann, 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 ey. Mit dem Kuh ist schon ganz geil, ey. Da mach ich ganz schön viel Schaden recht am Anfang. Kriegt mir nur leider nichts, wenn alle anderen Scheiße sind. ACR, 0-3, hallo. Korrigiere, 0-4. Geht mir euch auf die Eier. Renekton hat auch keine Chance. Willst du mich verarschen? Ich weiß jetzt nicht, wie ich den killen soll. Alter, ist ja nicht so zu laut. Oh, knapp, da ist auch fast tot. Schönes Degen. Alter, mein Handy, ey. Was willst du? Alter, what the fuck? Boah, 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 boah. Ich hab dem nicht hier gebrotet. Alter, war das so laut. Ein Blau ist so. Super. Wir holen sich das jetzt. Oder wat? Oh. Oh fuck, ich bin tot. Oh, der hätte Ulti, glaub ich, machen können. Hätte ich nicht überlebt. Ich kann... Alter. What the fuck? Mach den Pinkwater weg und stirbt. Ich geh da nicht rein. Ich will da nicht reingehen. Alter. Scheiße. Hallo, geh weg da. Alter, ich will meinen Blau machen. Alter, wenn die jetzt meinen Blau kriegen, ne? Deswegen. Ich kann meinen Blau nicht machen, weil die alle hier hängen. Und jetzt pushen die den. Ja, jetzt machen sie wieder. Yes. Nice. Fuck you! Jetzt machen die wieder den Bot Tower. Da müssen wir hin. Oder warte hier, hier, hier. Wat? Super. Arkt. Hui, das war ganz schön knapp. Kann man reingehen, ne? Alter. Tristana, geh weg! Warte, 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 warte. Ist der noch da? ja stimmt ich wollte ich hätte flaschen sollen uuuh den auch noch? neee alter naja ich hab dich allein gesehen ach Gott er hat einen Herzinfarkt des Lebens, ja die Mauke kommt zu hier Ich habe 3.000 Leben. Ach, 3.000 Leben. Äh, ne, 3.900 Gold. Ich muss einkaufen. Das ist viel zu viel. Ja. Gehe ich ein bisschen defensiver. Und Wards brauche ich. Und ich will mir das Trinklet holen. So, okay. Oh, ich kann ja Evolution machen. Was soll ich denn machen? Äh, mein E. Sache ist ab. Den brauche ich jetzt. Das ist der geile Turm von Arzio. Geil. Ach, die Sonjas. Nein, die holt sich Deathcap. Fuck. Ich bin falsch gesprungen. Äh, ein Ding ist noch bloß hier. Scheiße. Alle kommen. Fuck. Fuck. Oh, fuck. Oh, scheiße. Alter, ich bleibe ja fast stehen. Leckt mich doch. Mein Rot. Fuck. Ist noch da. Bitte? Das Rot ist noch da. Ja, machen die doch bestimmt jetzt. Nein, das ist noch da. Wir müssen Deffen. Da. Deffen, 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 Deffen. Geht der rein? Ja, guck wie ich den nicht leben, Maokoi hat. Warum sollte man nicht reingehen? Ich frage mich, warum die mein Rot nicht gemacht haben. Vielleicht die für Angst. Keine Ahnung. Seid er vor oben? Ja, bin ich auch. Aber das Spiel ist verdammt knapp. Beziehungsweise ständig. Das ist schön, was sie den nicht gemacht haben. Jetzt brauche ich Rüstungsdurchdringung. Unbedingt. Ich glaube, warte, die Dinger kann ich mir sparen. Ich ruhe mir lieber die hier. Hm. Ich weiß nicht, ich muss Top-Deffen. Oh, der ist fast down. Oh Gott, die kriegen den. Auf wen, wie, 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 wie viele Stacks hat Nasus? 300, oh, das tut schon weh, ey. 300 nach 20 Minuten, alter. 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 Ouuuh Fuck 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 Gib mir auf die Eier Habe keinen Mana mehr Oder nicht mehr so viel Fuck Ah, ah, jetzt hier stimmt Uhh Ah, ich will über die Mauer den Q machen der sprung hat niemand gesehen er hat auch niemand außer die aufnahme sprunge in die wand gesprungen alter den kuh direkt als erstes zu machen ist premium ja ein bisschen klaus war das so eine kammer die gammelt da irgendwo rum ane da ist er die wollen immer noch den tower haben ich fasse es nicht genau das gleiche wie eben scheiße muss ich da schon wieder hin alle auf kammer kommt genau das meinte ich weil der kann die bitte laufen einfach lauf doch warum läuft das scheiße der mir geworden ich gehe wieder runter dieses sind was fast tot das ruft nach einem kill ja die machen drache tristaner nicht zurückgehen auf fuck machen keine drache doch machen die nein nicht aber da ist der klug den wort weg immer oh ist ein pink wort ah ok ist hier beim drachen ne dem gebe ich kein blauer der verschwindet das der stirbt direkt wieder wie hört er denn jetzt? oh 1-6 1-6 ist böse machen drache ich sehe es machen tristaner ne machen nazi wird immer schlimmer ja fuck der ist so schlecht ey fuck der mir gewordert bestimmt mit sicherheit 100 pro da deffen jetzt machen die drache leck mich doch du bist zu spät hin und her laufen ja wahrscheinlich alter pass auf da ist da unsinnige spiele kommen alle kommt AC der programmer master pro kann ich den über die wand angreifen? ne geht nicht ach scheiße eigentlich sind die einer weniger ne? warum wer fehlt? karma hab ich getötet vorhin die lebt jetzt wieder aber die müsste aufm jetzt ist jetzt wieder auf was mu? what the fuck? ich will da nicht reinspringen ich hab zu wenig leben ich will da nicht reinspringen kannst du kannst du da rein? ich hab vielleicht warte ich im moment 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 ihr habt nicht viel mana fuck pick keiner doch 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 ist doch knapp oh ich war stirbst du stirbst du? nein du stirbst nicht cooles fuck hauchscharf hey ich bin tank ja so das gibt's nie gelde jetzt geh ich mal gleich als nächstes geh ich dann auf ein bisschen mehr äh def wo ich mehr so ein bisschen mehr gold in die rune haben bringt's voll wer macht denn hier von den kills oh lucien rüstung brauche ich auch magie hab ich ja schon ein bisschen das blöde ist ich mach fast die einzigen kills wir haben 19 kills 14 davon hab ich hm scheiße ja das ist richtig scheiße ey wenn die jetzt rot haben will ne meck mich lucien bruscht ja wir sollten nochmal pushen wir machen nix ich fühlst derx hat nasus hab ich grad nicht gesehen scheiße kamer 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 oh die wardet ja alles tot ey ich glaub die kommen da lang hier durch den fluss kommen die glaube ich ja siehste oh fuck 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 das hätte sie viel früher machen müssen was ich war perfekt kann ich ich hab kein flash und nix abgehabt die wollen mich killen ey 450 stack hat nasus fast 450 ja 435 genau das wird immer mehr das wird immer mehr ja ich bin tot ich bin tot die die jetzt bin ich tot fuck fuck okay da kann ich nicht rein hätte ich ulti gehabt um mich unsichtbar zu machen wäre ich wahrscheinlich reingegangen um ah fuck you ein bisschen bullshit fuck ich bin fast tot und dann bin ich schon wieder da schön dass du immer auf auf k gehst ey ja was machst du denn die ganze zeit ja ich war gerne was machst du denn die ganze zeit ich bin tot aber ich bin tot das haben wir verloren ja ja ich bin tot zwei viele im team gehabt ja oh das muss interessant sein ja super dass ich toll gespielt habe was bringt uns das jetzt nix was ich hab keinen bock auf zu geben mach ich lieber noch ein paar kills toll was bringt was keine ahnung was hast du gemacht ja what the fuck jetzt was du willst du Das Tana ist tot. Was macht sie denn? Ach, Mann ey, ist das kackiges. Allerdings. Machen Baron. Ja, ich seh's. Wollt spät gescheckt, ey. Hab ich ihn geklaut, super. Der ist nix bringen. Ja. Egal, ich wollte klauen. Mit Kasus kannst du so leicht den Baron oder sowas klauen, weil du mit deinem, mit meinem Coup mach ich, äh, Moment. 300, 400, 600, 700, 900 Schaden. Alter, so viel kann ich nicht aushalten. Oh, wenn ich noch zehn Sekunden aushalte, dann gehe ich Pentacle machen. Nein, da hab ich hier geschluckt an Zauber und alles. Ich will Pentacle machen. Let me... Nein! Weißt du, wie... Low Maokai, wa? Nach Maokai wäre ich zu Lucien gesprungen und dann zu Syndra. Ja...